Vorauszahlungen. Also, auf geht's, denkt dran, dass ich immer hier bin, also komm zu mir und wir reden über den nächsten Schritt. Der Champion. Wir siegen alle Gegner auf dem Weg zum Weltmeistertitel. Krass, Alter. Krass. Zeig mal. Was hat er mir so schönes gekocht? Mal eben schauen. Gar nix. Wow. Dann schlafen wir erstmal. Wow, 600 Dollar haben wir. Nice. Das ist nice. Dann schlafen wir. Haben auch viel gewonnen. Hier, zum Training und so. Nice. Das ist doch schön. Na, ihr Butze und alt sind Teddymeer. Geil. Und, ja. Wieso ist hier eine Dingsbums nach oben, aber nix sonstiges Dingkong. Ey. Wo gehst du? Loll. What the fuck? Dein Ruben muss Sternchen betragen, um den nächsten Kampf zu organisieren. 100 von 350. Aha. Ein Film drehen? Ein Party schmeißen? Werbung. Preise erhöhe... erhöhe Dings... erhöhe tägliches Einkommen. Ein Film drehen. Ne, wir brauchen erstmal Essen. Wir brauchen erstmal Essen. Mann. Ne, nice. Geil. Kaviar. Sehr selten und sehr teuer. Kaffee, aromatisch und erfrischend. Lamm schmilzt im Mund, nicht in der Hand. Truthahn dreimal so groß wie ein normales Hühnchen. Geil. Nehmen wir Truthahn. Nice. Das reicht erstmal. Äh... Lass mal in den Keller oder so gehen. Nice. Voll viel Trainingsgeräte und so. Nice. Sehr schön. Was ist das hier? Ah ja. Vor allem Rüstern kennen wir noch. Okay. Das ist gut. Das ist nice. Echt, echt sehr gut. Sehr, sehr gut. 600 Dollar. Nice. Uns geht's jetzt wieder gut. Nur weil wir Fluffy... Haha. Nur weil wir Fluffy als Gangster erwischt haben. So. Und jetzt geht unsere Karriere steil bergauf. Zuerst ging sie so. Dann ging sie so. Und dann ging sie so wieder. Und jetzt geht sie wieder so. So ein... Äh... Ähm... Äh... Äh... Irgendwas mit I. I. Nicht Impotenz. Nein. Nicht Influenz, sondern... Äh... Wie hießen das nochmal? Scheiße, Alter. Wenn etwas voll schnell ansteigt und so. Äh... Äh... Nicht Invasion. Von... Wie heißt denn das Wort jetzt? Ähm... Ith... 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 Ich hab keine Ahnung mehr. Hä? Hä? Wie heißt denn das scheiß Wort jetzt? Müssen wir auch nicht mal einkaufen. Das ist auch geil. Äh... Oh shit. Das war knapp. Das wäre jetzt bei einem Umgekippt mein Mikro. Ähm... Nicht Influenz. Scheiße, ich... Hä? Wisst ihr, welches Wort ich meine? So ein... So ein... Wie bei... Wie bei, ähm... Geld oder so an der Börse. Aktien. Da gibt es auch so ein Wachstum, das so heißt. Ich weiß auch nicht mal, wie es heißt. Nicht Intervall. Wie heißt denn das noch? Auch nicht Instanz? Ich komm da jetzt nicht drauf. Ich werde davon... Davon heute Abend träumen wahrscheinlich. Aber ich komm da jetzt nicht drauf. Irgendwann geht das jetzt grad voll schnell, oder alles? Wir verlieren fast gar nichts an Energie. Das ist ziemlich nice. Das ist echt ziemlich nice. Hä? Wie heißt denn die Scheiße jetzt? So ein Hochpunkt von der Aktie. So ein richtig krasses Wachstum. Shit, ich komm da jetzt nicht drauf. Scheiße, scheiße, scheiße. Keine Ahnung. Echt nicht. Troutan. Äh... Einen Kaffee. Noch einen Kaffee. Und... Das hier. Kaviar. Natürlich. So. Dann gehen wir mal in die Stadtkarte. Wo wohnen wir denn jetzt? Okay. Roy's Haus. Hallo, Adi-Ren. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich will ein Haus haben und viel Geld verdienen. Willst du bei mir wohnen? Ohne dich wäre es nicht dasselbe. Natürlich will ich das. Ich bin so glücklich. Boah. Das ging schnell. Äh... Wo wohnen wir denn jetzt? Gut, dass ich das nicht habe. Mookie-Bude? Nö. Hey. Wo wohne ich denn jetzt? Okay. Carl Kogan. Okay. Das ist der Champion. Ah, ne. Die hier muss ich besiegen. Okay. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Story. Äh... Was ist das? Street Fighter. Ne. Was ist ja das? Gar nichts. Okay. Der Champion. Wahrscheinlich irgendetwas mit dem Tod meines Vaters. Warte. Manchmal findet man hier Stellenanzeigen. Okay. Hey. Wo? Äh. Sorry, aber ich bin jetzt gerade doof. Ne, da nicht. Ne, dafür haben wir noch nichts. Ich war doch, ich war doch, ich war doch gerade hier. Hm. Kämpfe gesamt. 130. Krass. Gewonnene. 109. Ja, gut, ne. Wir haben kein Zuhause. Ne? Lass mal eben... ...Mix Büro. Hallo, Mick. ...Mix Büro. Okay. Doch nicht. Verpiss dich bitte. Ich will nichts von dir. Hilfe! Okay. Wir haben kein Zuhause mehr. Hilfe! Ich hab kein Zuhause mehr. Nein. Hallo? Hallo, Bruder. Leider bin ich dein Bruder. Hä? Le... Und ich hasse dich. Du bist schuld am Tod unseres Vaters. Leute, das ist mein Bruder? Wärst du schneller gewesen, hätten wir entkommen können und Vater wäre noch am Leben. Wir waren Kinder. Vater hat sein Leben für uns geopfert und jetzt sollten wir zusammenarbeiten, um seinen Mörder zu fassen. Nein, das mache ich alleine. Ich werde der Champion der Ultimate Liga und werde auf die geheimnisvolle Insel eingeladen. Die Insel. Betrete die Insel und besiege den Mann in schwarz. Ich werde auch eine Einladung bekommen. Man sieht sich auf der Insel. Mick kann dir helfen, die Einladung zu bekommen. Mick, ich weiß jetzt, wer meinen Vater getötet hat. Ich muss zur Inselmeisterschaft eingeladen werden, um ihn zu treffen. Ich habe von diesem Mann in schwarz gehört. Alle vier Jahre versammelte er die besten Kämpfe der ganzen Welt. Auf seiner Insel kämpfen sie gegeneinander, um herauszufinden, wer der Beste ist. Doch bis zum heutigen Tag konnte noch niemand den Mann in schwarz besiegen. Also muss ich ein offizieller Weltmeister sein, um die Einladung zu bekommen. Du hast eine Profikarte. Nix hält dich davon ab, deine Profikarriere zu beginnen. Da gibt es nur ein Problem. Du wirst es in der Welt des professionellen Boxens sehr schwer haben, wenn du keinen Menager hast. Ich habe drei Menager. Warum denn? Dein Ruf ist sehr wichtig, weißt du? Wenn du nicht beliebt bist, wird niemand gegen dich kämpfen wollen. Natürlich wird dir ein Menager nicht helfen können, zu gewinnen, aber er kann dir mit deiner Beliebtheit helfen. Ach so. Ich wüsste jemanden. Er heißt Ding Kong. Er sucht gerade nach einem neuen Star. Ich arrangiere ein Treffen. Denk dran. Ohne seine Hilfe kannst du kein Champion werden. Roger. Roger. Hä? Wow. Jetzt haben wir auf einmal die Villa. Wow. Hallo, Adrian. Hallo. Ich dachte ganz kurz, du bist schwanger. Hallo. Plaudern. Na du. Na du. So. Dann plaudern wir mal eben. Und verlieben uns. Und dann trainieren wir mal eben. Und dann könnten wir eigentlich mal eben... einen Film drehen oder so, ne? Das wäre auch mal eben was. Das könnten wir eigentlich machen. Ich muss halt eben was trinken. Also ich muss schon sagen, die Luftfeuchtigkeit ist hier eindeutig gestiegen. Komm schon, Adrian. Tu nicht so, als wäre es nicht angegeilt worden von mir. Mein Bizeps. Schau mein Bizeps an. Da ist ja gar nichts. Gar nichts ist da. Was? Willst du mich verarschen? Guck doch hier. Hier. Ich muss mich nicht nur einfach verlieben. Blablabla. Aber... Ich brauchte gar nicht mit der... Uplaudern. Belohnung, ein Party schmeißen. Das kostet aber... Verdiene Ruhm und... Geld und Ruhm. Einen Film drehen. Werbung, Ruhm. Belohnung, Geld. Komm, machen wir das. Oh wow. Easy. Machen wir. Ja, easy. Das macht man nicht, als um ein bisschen Ruhm zu kriegen. Kriege ich dann wenigstens auch Talent. Punkt. Ne. Wow. Willst du weiterkämpfen oder deinen Preis nehmen und gehen? Wenn du verlierst, bekommst du gar keinen Preis. Äh, das ist sowas. Eklig. Weiter. 5, 5, 9 schaffen wir auch noch. Easy. Was sind das eigentlich für Typen, alter? Nice. Ohne Schaden zu nehmen. Nice. Und weiter. 8, 9, 9 schaffen wir auch noch. Zack, zack. Aua. Nice. Aua. Komm schon. Nice. Bis dann schaffen wir alle. Weiter. 15, 12 wird schon schwer. Aber das war ein guter Anfang. Nice. Aber. Der wehrt sich jetzt wenigstens auch mal. Oh. Ich glaube, wir müssen hier noch aussteigen. Das ist ein guter Treffer. Nein. Der hat ja auch viel weniger Energie als ich. Das gibt es doch nicht. Wieso kann der sich eigentlich erholen? Okay, kann er nicht. Kannst du den jetzt mal bitte schlagen, alter. Danke. Muss du erst mal böse werden. Junge, Junge, Junge. Nimm den Preis. Du hast den Auslautkampfbegehörden. 200, 300, 300 Geld. 15, ja. Und 200 Talente. Nice. Talente. Wegt das Bären. Boxe. So. Ja. Powerblock. Nice. Parken. Er setzt hoher Schlag. Knick nach tiefer Tritt. Was macht denn so richtig viel Damage? 28. 26. Irgendwie nix davon, ne? 16. Ja, das Belocken. Benutzt ich eigentlich Belocken? Weiß ich gar nicht. Fall nicht hin. Geschick und sofern. Wahrscheinlich nicht. Okay. Demoralisieren. Okay. Deine Stärke und Ausnahme können nicht höher als 9 sein. Ist ja behindert. Fall nicht hin. Das ist echt doof. Wieso soll ich denn das machen? Kontrollierte Wut.